Er wird so'n Klischee, du wirst hier Erster und ich komplett Letzter. Du Arsch! Du Arsch! Ich wollte die Sterne holen! Jetzt kann ich's nicht lauter machen, schade. Fuck, ich bin ein Feld vorm Stern, ich hätte aber natürlich nicht überkommen können. Mies! Ja. Was auch immer, ich kann ja noch klauen. Oh. Nein, oder? Ich glaub, ich geh einfach mal nach oben. Ey, die ganzen Wege zeigen! Ich streng mich gar nicht erst an. Jaaaaaaah! Weg tu's! Den Ereignis Stern hab ich auch! Also du und Expand. Jaaa, Ereignis Sternverdauer. Oh, drei Münzen, das ist doch mal was! Naja, das Geleg des Französens Tanta Aua nach unten. Der ganze Stern, oder? Was würde ich, wenn alle Sterne aufgebraucht sind? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ist das überhaupt möglich? Ja, das schon, aber... Ich hab echt keine Ahnung, was da passiert. Werden da einfach nochmal sieben Bowser- äh, Baby-Bowsers geholt, oder? Ich weiß nicht. Bitte! Ja, verloren! Hey! Der Mini-Bowser-Tanz, ja! So geil, jetzt noch einen Baby-Bowser-Tanz-Counter einbauen, ne? Ja, Gott. Für das Feld nur, bringt's nicht. Äh, versuch das Mario jetzt, ach ne, warte mal, der hat ja nicht genug! Weißt du, Mario, das wär echt dumm von dir, du hättest ein eigenes Feld bekommen können. Ganz genau. Man könnte sagen, so ein... Oh, okay, ich hab recht. Pflanzenhüpfen! Pflanzenhüpfen! Hauptsache Münzen! Pflanzenhüpfen! Geil! Boah, das ist... Das kriegt uns so scheiße viele Münzen! Mini-Spielstern, sag ich nur. Den hast du schon mal. Ereignis-Stern, den hat jeder außer du. Und Mario hat den nicht. Ja. Das heißt... Mal gucken, vielleicht komm ich noch auf ein zweites Ereignisfeld. Und was gibt's dann noch für einen Stern? Äh, vergesse ich immer. Den Stern für die meisten gehaltenen Münzen. Das heißt, wenn ich jetzt 100 habe und keiner diese Zahl übertrifft, dann hab ich den. Äh. Boah, alter! Du mit deiner Badass-Kombi! Alter, wo wird echt bei dir? Alter! Boah! Ey! Jetzt... Jetzt gehst du aber ab, ne? Scheiße. Na... Na gut, 32. Richtig nice. Hier melde ich mich zu Wort, geht's schief. Aber richtig nice einfach, das Mini-Spiel. Mhm. Guck dir das an. Du hast dir schon anderthalb Sterne erspielt. Mit... Zwei extra. Also Münz-Stern ist mir jetzt auch sicher fürs Erste. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht, ne? Vielleicht... Mach der noch jemanden? Mach das Big Band! Haben wir auch schon lange nicht gehabt. Was spiel ich? Ich wüsste jetzt auch gerne, was ich spielen muss. Äh, ich spiel an der Trommel und Ava spielen, oder? Ja, Expansion dirigiert. Oh... Natürlich, dein Gewinn wieder Expansion, wetten? Schauen wir mal. Ich mein, mit Delay... Ein Rhythmus-Spiel zu machen ist hart. Yo. Immer diese Konzentration, die man aufbringen muss. Wie ich einfach fast nie was zu spielen hab. Hä? Hä? Wer hat da grad was falsch gespielt? Meiner hat nicht reagiert. Ich meine, alles richtig gespielt zu haben. Meiner wollte nicht, dass ich drücke. Keine Ahnung. Was auch immer. Expansion. Ja, ey. Kann man überhaupt als Dirigent so groß verlieren, ey? Ja, eigentlich schon, aber... Naja. Es ist noch nie passiert, dass jetzt zum Beispiel der Trommler oder so gewonnen hat. Der Trommler? Ja. Und jetzt spinnt mein Headset schon wieder. Boah, das finde ich jetzt super. Immer doch. Jetzt höre ich alles nur noch wieder auf einer Seite. So zum Kotzen. Das bringt's für mich! Ey, von mir aus. Ey, ich will diesen Ereignis-Stern haben. Ich merk's. Ja. Ich bin jetzt so geil auf das Ding. Ich bin so geil drauf. Expand. Expand hat die behinderten Würfel bekommen. Eins hätte wenigstens Münzen gegeben. Also viele Münzen. Wario versucht sich nochmal an dem Stern. Los, Wario, sei wieder dumm. Los. Du voll fest. Was ist mit dir? Wario. Ich hab keine Ahnung, was mit dem falsch ist. Ich mein, der hätte eigentlich... Na, der hätte so weitergehen können einfach ganz strikt. Da wäre er noch auf ein Feld davon gelandet. Dann hätte er Minispiel gewesen müssen. Und dann wäre... Dann hätte er den Stern gehabt. Also da, wo ich grad war. Ey, das Spiel krieg ich nicht getimed. Das, was du nie schaffst. Ich mein, einmal hast du als Luigi nix getan, weißt? Ja. Aber sonst komme ich da nicht drüber. Du hast es nur einmal sonst gemacht. Nur mal. Aber ich komme da nicht drüber. Ich hatte... Ja, ich habe eine behindertere Position als du. Also beschwere dich mal nicht. Oh, Short Hops. Es gibt Long Jumps? Ich dachte, es gibt nur diese Short Hops. Schau doch mal die anderen an. Ich hab doch gesagt, ich kann dieses Spiel nicht. Übung, mach den Kleister. Hab ich so, hätte Expand nicht verlieren können. Ja. Der macht mir grad eher Sorgen. Der kann sich schon den Stern weg snacken. Ja. Aber guck dir doch Mario an. Das kleine, rote Schirrack. Wah, Leo. So. Ich geh nach da. Weil, darauf hab ich jetzt einfach mehr Bock mit Chicken und Nuggets. Und Knuckles Nuggets. Ja, ey. Wir können nie wieder, äh, Chicken und Nuggets sagen. Äh, Chicken Nuggets, ohne gleichzeitig an Pornos zu denken. Danke, Tomska. Ja. Donkey Kong krieg den Stern nicht. Oh ja, oh ja, oh ja. Bist du in der Union jetzt, oder was? Ich mein, ich weiß nicht, ob ich den Stern nehmen soll, oder den anderen. Obwohl, naja, darum... Nein, den hat Mario. Es sei denn, er verkackt. Dann haben wir so einen Mistmoment. Hoffentlich. Ich mein, jetzt ist es... Hat er überhaupt nichts mehr. Ha, jetzt bin ich wieder hier. Jetzt ist er komplett blank. Mhm. Oh, er gewinnt. Nein, er gewinnt. Er gewinnt. Gewinnt. Wieso gibt Babybauser nicht jetzt... Wieso gibt er jetzt nicht gleich auf, weißt? So komplett am Boden zerstört einfach. Gott, diese, diese Zeitaugen. Diese Augenringe an der Seite. So richtig, so richtig türkis einfach. Mhm. Mhm. Ich mein, ich hab... Mein Zeichen zeigt ja auch, äh... So übertriebene Augenringe. Also, ich... Ich mal die ja... Ich mal ja auch immer so übertrieben, äh... Schwarze Augenringe. Als würde es jemand... Ja, halt... Eyeliner tragen bei mir. Ist einfach Fakt. Müsst du den Sternerfall hinter mir haben? Ne, ich hab nur geschaut, wo ich besser lande. Aber beides im Blausfeld, also... Ja. Ist mir egal. Ich glaub, du hättest zu mir können. Weil ich noch auf ner Route bin mit... Zwei wei... Mit nem weiteren Bowser. Ja, ich auch. Was auch immer. Scheiße. Mit nem weiteren Bowser. Aber dabei ist es Baby Bowser, ne? Ja! Ich hab ja schon drei Sterne. Du bitchst hier das Feld. Also, vier Sterne sind schon im Spiel. Äh... Drei sind noch auf dem Feld, also... Hm. Also, das könnten wir sogar schaffen. Dass... Dass wir alle wegkriegen, das... Das würde ich mir echt wünschen. Ja? Wäre geil. Vor allem, weil ich jetzt auf dem Weg zum Neuen bin. Hm? Ah, komm, kannst gleich mal ne Eins würfeln. Höh! Da kommt Sterntausch. Mhm. Mhm. Das wäre das... Schlimmste, was einem passieren könnte. Hat man alle sieben Sterne vom Brett. Sterne. Ich würd kotzen. Ich würd kotzen. Das war am besten noch in der letzten Runde. Ich würd so kotzen, ne? Also, das wär nicht zum kotzen, ne? Damit geht's dir gut. Ne, das wär so ein Mist. Ja, aber wirklich. Aber nur wenn's mir passiert, weißt? Ja, nur wenn's dir passiert, bei CPO, ist das ganz in Ordnung, ne? So, du hast mir recht. Ja, ist es doch immer jeden, ne? Äh, nein! Oh, Scheiß, Panzer! Boah! Dieses eine Feld ging nicht. Juhu! Das ist die Animation von Expanse. Ja, wieso immer noch am Lachen? Hm. Naja. Er kann expandieren, da lacht er einem halt. Ey, wär so ein Klischee. Du wirst hier erster. Und ich komplett letzter. Du Arsch! Du Arsch! Ich wollt den Sterne holen! Den eigenen Sterne, den kriegt sicher keiner mehr. Den kriegst, glaub ich, du. Ich mein, wenn du mit der Arte weitermachst, schon. Boah, ey. Oh, Mann! 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 Was hat expand eigentlich grad gewürfelt? Oh, oh! Das ist uns dreck, ne? Schiefe Türme! Schau mal, ob er genauso unfähig ist wie du! Schiefe Türme? Ja! Schiefe Türme! Ach so, ja! Diese überlegte Zeit. Richtig so. Ich kann mir die Spiele absolut nicht merken. Es gibt auch nur in Mario Party 8 ein paar Spiele, die ich mir merken konnte. Tja. Das sind zum Beispiel Tortendekoration. Ja, Tortendekoration. Das wird nice. Mhm. Also, schau mal, was Mario macht. Äh, dann, äh, wer heißt Gipfelring? Ja, Gipfelringen, das war episch! Mhm. Das Kartrennen, das war echt so geil. Das hat mir immer richtig viel Spaß gemacht. Das Football-Spiel. Ja. Das fand ich auch richtig geil. Und natürlich Pfeppen. Hm? Pfeppen? Ja, ne. Alter, echt jetzt? Alter! Jetzt geht bei euch aber die Post ab. Okay, ich schlage ein paar Türme von mir aus, bin ich mir recht. Ich bin Lamborghini! Küsst doch Werb-Münzen. Ja, ihr. Ist mir recht, ich mein Minispielstern. Kann ich immer gern haben. Alter, ich freu mich auf die Statistik. Ich will echt sehen, was ich da gemacht habe. Ich will einfach hinterher meine eigene Sternen so bestätigt sehen, ne? Jo. Ey, wie ich einfach abgehen mit den Münzen. Ist echt heftig. Ja, Alter! Auf diesem Brett! Aber Expand ist auch nicht grad schlecht, weißt? Ja? Musste ich in Acht nehmen vor Expandierung. Mhm. Stoppst du vor einem Pilz? Ja, wahrscheinlich. Ganz sicher. Ich habe das Minispiel noch nie hinbekommen. Ja, ich glaube, das habe jetzt nur ich hinbekommen. Nee, echt. Nur du. Es gibt kein schlimmeres Schicksal, als hier vorne einen Pilz zu stoppen. Ah, hier können wir stoppen. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Ja. Ja, aber natürlich bin ich so lahmarschig. Ich habe einfach mal gewartet und auf mein Ja und Nein konzentriert anstatt auf den Konstruktion. Gewartet. Ja. Gemartet dann halt. Gewartet. Ah. Wah. Und habe ein bisschen Marionäse gegessen. Walter. So, drei. Ja, was will ich? Das ist die Frage. Komm. Ich mache einfach jetzt mal auf gut Glück. Äh, was auch immer. Oh, du hast verloren. Hab ich irgendwie gemerkt. Don't eat the mushroom. Ja, ich hatte einfach, eigentlich hatte ich so, ähm, mir erhofft, dass ich dann die Zahl kriege, äh, für das Ereignisfeld. Hm. Hm. Donkey Kong hat den Stern, schätze ich mal. Es sei denn, er expandiert nicht hoch genug. Äh. Neun. Gott, diese Augenhöhle. Ja. Das ist krank. Seltsames Design für einen Charakter. Auf jeden Fall. Wow. Wow. Wah. Also, will Wario jetzt schon wieder an dem Stern vorbeigehen, oder was? Oder was? Keine Ahnung, irgendwie muss ich das machen. Wavedaschen? Nein, das wird sich ja so anhören. Haha. Ja. Competitive Melee. Du, 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 du. Ey, das, das klingt echt dann irgendwie so. Ja, ich meine, ernsthaft, die Melee-Leute, die gehen einfach ab mit den Controllern. Ja. Aber echt, ich, ich glaube, mit dem Gamecube-Controller könnte ich jetzt einfach nicht so abgehen, wie ich das, äh, jetzt mit dem 3DS tue. Hm. Weil, mit dem 3DS hast du schon ein paar Mal gesehen, kann ich echt rocken. Jo. Vor allem Sonic, ey. Und Chic. Sonic und Chic, echt. Also, ich, ich wollte mir auf jeden Fall noch eine Chic-Amiibo holen. Ja, wirklich. Das ist, fand ich total komisch. Ey, ich, ich will eine Chic-Amiibo. Okay. Äh, ich bin Mario, oder? Ah, ist das einfach mal hier. Hier. Ja. Well, that was easy. Wie hast du denn das grad hinbekommen? Don't look. Der greift die Scheiße nicht. Die Augen. Die Augen. Nee, die Augen waren so nicht. Hab ich überhaupt nicht hinbekommen. Boah. What the fuck? Bin ich ziemlich nah noch an dir rangekommen. Die eine Augenbraue. Ja, die eine Augenbraue hat sich niedergehauen. Mhm. Ich mein, bei mir war die Nase nicht ganz korrekt, aber okay. Oh, okay. Das war jetzt das.